Jacques-Louis David, der Tod des Marat Der Tod des Marat ist nicht einfach nur Zeugnis eines Mordes an einem Führer des französischen Nationalkonvents. Vielmehr ist das Gemälde Jacques-Louis Davids von kunsthistorischer Prägnanz, denn David ist nicht nur Urheber des Bildes und Künstler der französischen Revolution, sondern auch Freund Marats aus dem politischen Lager der Jakobine. Die geschichtlichen Details lassen sich beinahe ausnahmslos dem Bild entnehmen. Neben dem Antlitz Marats im Badezuber, der am Boden liegenden Tatwaffe, der Holzkiste mit der Inschrift Amara David, hält das Opfer den an ihn gerichteten Brief der Attentäterin Charlotte Corday nebst Datum prominent ins Bild. Diese stand den Girondisten nahe und hatte den politisch aktiven Marat zum Feindbild erklärt. Somit verweist dieses Gemälde nicht nur auf zwei der prominenten Wortführer der Revolution, sondern mit dem schriftlichen Fingerzeig auf die Mörderin, auch auf die Zerrissenheit des französischen Volkes innerhalb dieser historischen Situation. Mithilfe dieser Eckdaten wird dem Betrachter die hochgradige Inszenierung des gerade Dahinscheidenden offensichtlich. Ebenso wie Caravaggios Grablegung Christi überhöht David das Opfer Marat durch die schlagschattenartige Lichtführung. Die Hinwendung des Gesichts zum Betrachter verklärt den Dargestellten zum Märtyrer seiner Sache. Durch die zusätzlich eingeschriebene Zeitlichkeit, in dem David das Opfer langsam verbluten lässt, entsteht für den Betrachter eine quasi-religiöse Dramaturgie, die neben der Befriedigung der Sensationslust die Apotheose des Gemarterten als Helden für die französische Revolution am Vorabend der Moderne symbolisiert. Die Ausgleichung des Gesichts des Gemarschenslust die Erkrankungen des Gemarschenslust die Erkrankungen des Gemarschenslust die Erkrankungen des Gemarschenslust. dann kommen Sie an mehr als Helden für das Sudoffbläts und das Genfason.